Junge, geh doch tot! Jawoll! Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal spiele ich Minecraft Beat Wars und dabei ist Wilhelm. Wir haben der vierte... Und wir fangen ein bisschen... Weil er keine Videos hat, komischerweise. Und wir fangen ein bisschen später an, grad in der Runde, weil... Ich musste das alles noch so ein bisschen hinkriegen, weil ich kann natürlich jetzt nicht mein Headset aufsetzen, weil sonst eher nix. Ich hoffe ihr hört ihn gut, keine Ahnung. Ich bin unwichtig. Ich kann das Mikrofon noch ein bisschen näher hier packen und ein bisschen weiter weg von der Tastatur, das ist wichtig. Tschüss! Alter ist das laut! Man hört das in der Aufnahme laut genug, ok? Ich dreh das jetzt leiser. Wäre besser! Das ist hier laut, oder? Ja! Mhhh! So! Ich meine, das ist so professionell, ne? Naja, ich... Danke! Ich darf das, ich darf unprofessionell sein. Ich bin hier der Lauch. Ja, aber ich war noch nie professionell. Wenn du willst, könntest du professionell sein. Du willst es aber irgendwie nicht. Doch! YouTube, da bin ich professioneller. Aber nicht, wenn du schnell laden willst. Das stimmt wohl. Wie lange hast du kein Intro mehr gehabt? Ich finde es nicht sehr ruhig. Ok. So, ein paar Blöcke. Viel besser. Ne. Bei Badwurst ist das ein bisschen von Vorteil. Was für denn? Ich verstehe das nicht. Ist der einer in der Mitte? Ja, scheiße. Hat er einen Bogen? Ja, hat er. Ne, ne, das ist ein Schwert. Nicht gut. Soll ich direkt in die Mitte, oder soll ich mir lieber jemanden schnappen? Immer in die Mitte. Ja, mal. Ja... Ok. Wie bei dem Nerdy am Auslasten. 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 Ach, echt? Ich bin keinmal. Ich weiß ja schon, dass du die Gayfarbe hast. Du müsstest sie doch merken können. Nee. Hendrik 7070 hat das Spiel verlassen. Na doch, ich kann die ganze Zeit an Jonas denken. Dann weiß ich welche Farbe ich habe. Ok, das muss ich nicht rausschreiben. hier liegt doch gold jetzt fall runter das ist pink ne? fall runter fall runter fall runter ist das pink oder roh? das ist pink fall runter ich hab fast runter gefallen ne? wo ist denn noch? ich kann mir sogar den zweitbesten bogen holen geil alter schluss 1 für den fall oh wirklich vor allem wenn jonas das macht ja kann froh sein dass ihr jonas nicht ein relive kennt nur aus meinem varro video das hat schon gereicht ja ich brauche noch mehr gold ich bin übrigens der typ mit der schlechten audio quali und deswegen hat marty selbstfot gemacht scheiße ich hab's gewusst mhm Apfel das ist nicht der typ mit der schlechten audio quali kommentierst du da irgendeine video audio ja aber ich hab noch nie mit dir aufgenommen die kenn dich nicht die ist schlecht ich hab nur skype alter wie viel gold liegt hier das sind einfach unfähige menschen die hier drin sind deswegen guck mal der hat doch ne verbindung zur mitte das haben wir ja gesehen nicht der? halt nicht der baut sich zu der blaue dort der hat doch ne schöne verbindung das war das kacke jawoll team rot mhm 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 so und das ist jetzt sandstein aus dem elb sandstein geberge und du bist schlecht ach das war der blaue der hat nen bogen das war der hurensohn der auch in der mitte war du hast deinen ganzen tollen kram verloren ach egal egal ich renne schnell in die mitte ach du reichst das auch so ne ja ich bin doch der gute äh der du weißt was ich meine hier liegen mir gold aber wie und wie sind die kinder ja der blaue bleibt die ganze zeit in seiner base um sich zu equippen ok jetzt kommt er hau ab der will mich runterschießen glaube ich pink und rot kann man voll nicht unterscheiden sprinte schneller er muss nicht wie so ein geileron reden ok der blau hat sich nur mit gold gesnackt ist in ordnung das darf der ich will mir mal einen schlechten bogen ich will mir mal einen schlechten bogen stimmt ja da war ja was muss man ja noch das bett zu bauen und wo ist das ist das da oben vermutlich mit dem bogen berüffnet berwaffnet fick ich alles der war gut was ist das denn glas wo ist der eingang ah hier das hättest du voll instant vergessen schieß ihn ab oh oh war das blau ja warte dann ist das türkis dort hinten und das ist jetzt ganz laut ich hoffe man hört die in der aufnahme nicht so laut wie sonst wenn du aus zockst das haben die zuschauer nicht gehört ja dann mach ich dir das mal richtig lese das war nicht für den zuschauer hallo das sind 114 abonnenten genau habe ich ihm vorhin ganz stolz gezeigt wenn sich gewisse leute aus deinem näheren umfeld noch ein paar mehr kanäle machen und und da hat er nicht gemacht es hat aber gesagt das ist ja ewig her ein so das der die die schläft die das kacke. Oh dieser Reim. Spitzwacke. Kacke. Uh. Verhext. Really? Du hast das auch mal mit Kisten gemacht. Das dauert bei dir jetzt ewig. Ja. Letzter stört in der Zeit mein Bett. Kann ich geh alles. Du ornanierst alles. Oh. Ornanierst? Hm. Hä? Das Bett ist hinter der Kiste dort ne? Hat der überhaupt ein Bett? Natürlich hat der ein Bett. Das passiert mir so oft. Du darfst die Maustaste nicht verwechseln. Das ist nicht so toll. Der kommt jetzt ne? Den baust du dich bei ihm zu? Du bist schlau, Marty. Ich weiß. Er könnte sein, dass er eine Spitzhacke hat, ne? Ah, seine. Und? Aber der hat kein Gold. Hoffe ich. Kaum drauf an. Also der hat vermutlich kein Eisenschwert wie ich. Ist er bei dir? Hm. Weiß er jetzt, wo er ist das gut. Wenn er mich bekommt, nimmt er nicht so einen Huren so, ne? Der rennt weg. Ach, er ist tot. War aber nicht der blaue. Ne? Nein. War ein schwarzer. Wie heißt der Typ? Pizza. Ja. Hm. Team Schwarz. Oh, diese Sprungskills. Du verhaust das noch. Du verhaust das noch. Manchmal ist Safe gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, der muss doch hier sein. Mal sehen. Fast. Junge, geh doch tot. Jawoll. Also Marty, der Ficker. Beim Ficken. Ohne Spitzhacke. Ich steh weg, weil der Schwarze gleich wiederkommt. Der Neger. Ja, genau. Scheiße, das war rassistisch. Entschuldigung. Aber erstmal, okay, ne, das mach ich doch nicht. Ich sagte immer Negerkuss, ich meine das gar nicht böse. Ist ja auch Negerkuss. Ja. Heißt ja auch so. Ja. Oder Dickmann. Du bist hier Dickmann. Was kann sagen, du bist du neulich? Ich find's den Weg nicht mehr. Doch den Weg zu mir, find ich aber. Ich muss ja nicht zu mir, was will ich bei mir? Jetzt kannst du dein Bett mit Kisten zubauen. So Rangstunde. Danke. Schwarz hatte gar kein Bett, der ist geliebt. Jajajaja. Ach, du bist so unfähig manchmal. Türkis ist der einzige, der noch lebt. Scheiße, das war der, der in der Mitte war als erstes. Ja, Türkis. Der jetzt auch die ganze in die Mitte geht. Türkis rasiert dich. Der beobachtet mich, ne? Ja, komisch. Oh, der will mich runterschießen, der will mich runterschießen. Ich glaub, es gelingt ihm. Glaube ich auch eher. Ach, gut. Ist das ein Bett? Ne, das ist das von schwarz. Da bekomme ich Erfahrung, wenn ich das abbaue. Also beziehungsweise krieg halt in meiner KD wird eingetragen, da ich ein Bett abgebaut hab. Duck dich im Wasser. Oh, Spitzhacke. Das geht. Mit Sandstein. Das muss zu sein. Rot hat auch noch ein Bett. Ich kann zu rot gehen. Hallo, blau. Hallo, blau. Das Türkis. Hallo. Hallo. Der fickt dich. Hallo. Triff mich. Der fickt dich ultimativ. Triff mich. Triff mich. Triff mich. Triff mich. Schnerz. Hugensohn ist online. Ich weiß auch, dass er das Video gucken wird. Mhm. Was ist der Typ denn? Was ist der Typ denn? Mei, ich verwirr den jetzt gleich. Ich hab Boar Powder gekauft, damit komm ich zu mir in meine Base. Du baust dich jetzt einfach zu. Wenn er mich jetzt trifft, dann muss der hacken. Nerdy Logik. Wer besser ist als Nerdy muss hacken. Das ist ja auch so. Niemand kann ohne zu hacken besser sein als ich. Oder? No comment. Campt der dort in der Mitte? Mhm. Ich glaub, der geht mein Bett abbauen, ne? Oh, dann hab ich jetzt auch was dummes gemacht, wenn er mein Bett abbauen ist. Ja, der ist wirklich beim Bett abbauen. Opfer? Halt. Richtiges Opfer. Ich spamm den kaputt am Ende. Du weißt schon, dass du jetzt verlieren willst. Du willst verlieren. Genau, du wirst. Wahrne. Core One ist kritisch. Nee, ich kann auch lesen, Martin. Du bist ja der Minecraft-Nerd. Was machst du? Mach dein Opfer. Jetzt müsstest du sein Bett abbauen, wenn's läuft. Und du fällst ja gleich runter. Ja, ich weiß. Ich glaub, ihr weißt, dass ihr euch das vorhabt. Ihr würdet jetzt dort campen. Aber, was soll ich jetzt machen? Gold holen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 20 Minuten schon. Krass. Ja? Ja. Ja. Die Runde ist ein bisschen lang. Ich schneide. Alter, ich vergess die Zeit voll. Jetzt renn. Renn und sterb. Renn und sterb. Renn und sterb. Okay. Okay, ich bin in einer Base. In einer Base. In wessen? Rot, glaub ich. Nee, irgendeine. Am liebsten, wenn's nach die gingen, würde der Händler hier, ne? Ja, ne? Oh Gott. Da sind die Pfeile gerade gespawnt. Ich bau dich zu. Wird dich so ficken? Nein. Ich will das nicht. Dein Bett ist schon schrubt, das weißt du. Wenn du tot bist, bist du tot. Nochmal für dumme Leute, was ist das? Die Singularitätsbombe, ne? Die lässt deine Base so ein bisschen kaputt gehen. Und die Enderperle erklärt sich von selbst. Warte, was brauch ich noch? Rettungsplattform. Gibt's die noch? Ja, hier. Davon würde ich mir mal so drei. Falls ich runterfalle, kann ich mich damit hochdingsen. Und noch eine zweite Enderperle wäre gut. Da ist der Hurensohn. Hast du den getroffen? Ja, mal. Was ist das denn für ein Spast? Nenn mal einen Hurensohn. Der hat dir nur sein Scheiß-Ding-Bett zugebaut. Der hat keine Hobbys. Der war in der Mitte. Das war sein Vorteil. Ich mein den hier. Ja, der war in der Mitte. Der kommt. Der kommt. Der steht hinter dir. Ich hab mich falsch eingebaut, scheiße. Der kommt. Jetzt mach was. Hast du ihn? Ja. Easy. War das easy? Sein Opfer. GG. Easy. Jetzt kommt bestimmt Hacker oder sowas. Komm, jetzt muss Hacker kommen eigentlich. Hacker. Hacker, ja. Oh, komm nicht Hacker. Boah, die Runde war anstrengend. Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, abonniert WilhelmIV. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Irgendwann werde ich Videos machen. Sag Tschüss. Tschüss.